Liebe Hörerinnen und Hörer, Entscheidungen fallen nicht immer gerade leicht. Wen soll ich wählen? Am 20. Oktober, da wählen viele evangelische Christen Kirchenvorstände, Menschen, die in ihrer Gemeinde Verantwortung übernehmen. Wen soll ich wählen? Darum geht es auch in einem kurzen Abschnitt aus dem Buch Joshua im 24. Kapitel. Joshua stellt das Volk Israel vor eine Entscheidung. Er sagt, fürchtet den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Strohs und in Ägypten und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, denn die Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk und sprach, das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde, wir haben die Wahl. Auch in Bühl, einer kleinen Gemeinde im Ries, wird ein Kirchenverstand gewählt. Ich freue mich immer, wenn es eine echte Wahl ist, wenn also viele Menschen kandidieren und man wirklich auswählen kann. Auch Joshua stellt das Volk vor eine Wahl. Es soll Gott dienen. Aber es gibt ja eben nicht nur Gott, den Herrn, seinen Gott, unseren Gott. Er spricht von Alternativen. Er sagt, gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Was sind das für Alternativen, fragen wir uns vielleicht heute. Wer betet schon Göttern Göttingen von damals an? Wer betet ein Baal oder eine Isis an? Heute finden wir andere Menschen in unserem Land, mit anderen Religionen. Dies sind zum Beispiel Muslime oder Hindus oder Buddhisten. Und andere zweifeln, gibt es denn überhaupt ein Gott? Wie wichtig ist eine solche Entscheidung für uns heute? Joshua geht es nicht darum, dass wir informiert sind. Das ist auch wichtig. Es schadet nicht, zu kennen, was andere Religionen sagen über Gott, welchen Glauben andere haben. Aber Joshua fragt nicht, kennt ihr Gott, sondern, welchen Gott wählt ihr? Welchen wollt ihr als euren Gott anerkennen und ihn verehren? Vielleicht denken manche, die jetzt zuhören, die Entscheidung ist doch gefallen. Meine Eltern haben mich taufen lassen. Ich bin zum Beispiel konfirmiert und auch bei der Kirche geblieben als Mitglied. Andere sind nicht in einer Kirche an diesem Sonntag, gehen nicht wählen. Und vielleicht meinen sie sogar, so eine Frage, die geht mich nichts an. Gott interessiert mich nicht. Vielleicht glaube ich gar nicht an ihn. Wirklich oder auch wirklich nicht? Gibt es vielleicht für uns heute gar keine Wahl, keine Wahl Gottes und für andere ist das da gar kein Thema? Ich meine, in unserer Zeit reicht es nicht zu schauen, wo steht sozusagen das Etikett Gott drauf. Wenn ich nach Martin Luther gehe, dann ist Gott auch dort drin, wo er gar nicht draufsteht. Menschen können einem Gott dienen und sie reden aber nicht von Gott. Im großen Katechismus schreibt Martin Luther, Woran du nun, sage ich, dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Woran hängt mein Herz? Worauf verlasse ich mich? Auf wen verlasse ich mich? Diese Frage kennen wir aus unseren menschlichen Beziehungen. Viele entscheiden sich für einen Menschen. Ich will mit dir leben. Ich will dich heiraten. Heute wird auch in vielen Gemeinden eine Kirchweihe gefeiert. Vielleicht sind wir in einer Kirche getraut worden und denken gerade heute wieder daran. Die Entscheidung für ein Glauben kann man also vergleichen mit der Entscheidung für einen Menschen. Mit der Ehe. In einer Ehe, das steht vielleicht schon auf dem Türschild, hier leben Herr und Frau so und so. Aber es kommt ja nicht nur auf das Etikett an. Es kommt darauf an, dass da wirklich zwei Menschen Tag für Tag und Jahr für Jahr miteinander leben. Ganz praktisch und miteinander auskommen. Ganz praktisch denken, das gilt auch bei der Kirchenvorstandswahl. Da fragen Menschen, wer hat sich bewährt und wer bringt frischen Wind hinein? Wer kann vielleicht eine gute Ergänzung sein in diesem Gremium? Schon Martin Luther ist ja die Frage nach Gott praktisch angegangen. Woran hänge ich? An wen hänge ich? Und er hat dann auch niedergeschrieben, ich weiß schon, wen viele für ihren Gott nehmen. Der allergewöhnlichste Gott heißt Mammon. Das heißt, viele Menschen verlassen sich aufs Geld. Martin Luther sagt, das ist der Gott, der am meisten verbreitet ist. Wie wichtig ist vielen doch der Wohlstand. Und wer reich ist, wer Millionen oder gar Milliarden besitzt, steht eher in der Zeitung als ein ammer Tropf mit seinem Namen. Wenn die Wirtschaft stottert und schwächelt, dann ist das öffentlich auch ein großes Thema. Und wenn wir einkaufen gehen im Supermarkt, dann schauen wir schon, was die Sachen kosten. Ist das nicht so? Wir wollen ja, dass das Geld reicht. In vielen Fällen geht es auch darum, wie viel übrig bleibt. Das Geld, es stimmt schon, das Geld ist ein massenhafter Gott in unserer Welt. Und lange habe ich gedacht, das Geld steht auf Platz 1. Bei den Göttern, die zwar nicht Götter heißen, nicht so genannt werden, aber praktische Götter sind für die Menschen. Im Lauf des Lebens habe ich erfahren, manchen ist die Macht noch wichtiger als Geld. Manche Menschen sammeln Macht an, wie andere Geld. Viele sammeln auch beides. Denn wenn ich reich bin, dann kann ich Einfluss haben. Und wenn ich Einfluss habe, komme ich vielleicht auch leichter zu Geld. Die Macht kann verschiedene Gesichter haben. Sie ist brutal, wenn sie mit Panzern und Raketen kommt, wenn sie droht und erpresst. Sie kann aber auch ein sanfteres Gesicht zeigen. Sie kann locken und werben, Anerkennung suchen. Und vielleicht bringt sie sogar Argumente und überzeugt andere und verbündet sich mit anderen. Joshua will sein Volk sicher nicht mit Gewalt bedrohen. Er geht den guten Weg. Er will sein Volk überzeugen mit Argumenten. Was spricht denn eigentlich für unseren Gott? Ein Argument von Joshua ist seine eigene Entscheidung. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Meine Hausgemeinschaft und ich, wir haben uns für Gott entschieden. Er steht also persönlich gerade. Und wir brauchen das. Wir brauchen Menschen, die gerade stehen. Die sagen, ja, ich bin ein Christ, eine Christin. Ja, ich stehe auch gerade, zum Beispiel im Kirchenverstand. Ich übernehme Verantwortung. Oder ich übernehme eine kleine Tätigkeit, die meiner Kirchengemeinde hilft. Oder im Gespräch mit Menschen, irgendwo draußen auch im Alltag. Da lasse ich es auch merken, welche Einstellung, welchen Glauben ich habe. Das ist aber nicht das einzige Argument. Joshua hat vorher noch etwas anderes erzählt. Ihr habt doch einen langen Weg hinter euch. Denkt daran. Früher, ihr Israeliten, früher, da wart ihr in Ägypten. Unterdrückt. Einen langen Weg seid ihr gegangen. Bis hierher. Bis zum Land, das Gott euch versprochen hat. Zum gelobten Land. Auf diesem langen Weg haben die Israeliten manche Völker und Stämme kennengelernt. Und alle hatten sie ihre Götter. Die Ägypter genauso wie die Bewohner des neunten Landes und die Völker und Stämme dazwischen. Damals war es ja so, verschiedene Völker und Stämme hatten ihre verschiedenen Göttinnen und Götter. Eigentlich war es üblich, die Religion des jeweiligen Landes anzunehmen. Also hätten die Israeliten auf ihrem langen Weg sich auch immer wieder einem anderen Glauben anschließen sollen. Aus der Bibel und aus Ausgrabungen wissen wir, auch die Israeliten waren nicht immun gegen die Einflüsse ihrer Umwelt. Waren auch nicht immun gegen die anderen Religionen. Aber Joshua schärft ihnen ein, denkt doch dran, wer hat euch denn begleitet? Wer ist denn weitergegangen? Die anderen Göttinnen und Götter, wenn es sie überhaupt gibt, die sind doch bei ihren Völkern geblieben. Begleitet hat euch nur unser Gott, der eine Gott. Sie kennen vielleicht auch ein Lied, das diesen Gedanken aufgreift. Ich denke an das Lied Bis hierher hat mich Gott gebracht durch seine große Güte Bis hierher hat er Tag und Nacht bewahrt, Herz und Gemüte Bis hierher hat er mich geleit Bis hierher hat er mich erfreut Bis hierher mir geholfen Jetzt bin ich im Ruhestand Dankbar denke ich zurück an manche Menschen und Orte, wo ich war, wo ich zu tun hatte Wo ich merkte, da ist manches gut geworden und gut gewesen Sicher, nicht jeder Tag, nicht jedes Problem war einfach Aber auch da habe ich Erfahrungen und Einsichten gesammelt, die mich weitergebracht haben So hat mich Gott geleitet und begleitet über Jahrzehnte Und zu diesem Geleit und zu diesen Orten, die ich meine, gehören auch die Kirchen, wo ich zu tun hatte Gerne sehe ich sie immer wieder Ich feiere Kirchweih mit der Gemeinde im Gottesdienst in Bühl Diese kleine Gemeinde hat eine schöne Kirche, St. Marien Eine Kirche mit vielen kunstvollen Fresken, also Wandbildern Und natürlich ist das eine Kirche, wo schon viele Menschen getauft worden sind seit dem Mittelalter Getraut, konfirmiert oder auch beerdigt worden sind Und wenn man so in dieser Kirche ist, dann kann man viele Bilder sehen Vielleicht kennen Sie auch diese Kirche Oder eine andere Kirche mit Bildern Die erzählen etwas Jede Kirche erzählt auch etwas über den Glauben Erzählt etwas darüber, wie Gott mitgeht Gott geht mit, leitet und begleitet uns Wenn wir Kirchweih feiern, dann ist das immer ein klein bisschen widersprüchlich Da haben unsere Vorfahren eine schöne Kirche gebaut, aber diese Kirche geht ja nicht mit Die bleibt da stehen Und doch Und doch In dieser Kirche hören wir von einem Gott und beten wir zu einem Gott, der eben nicht nur in dieser Kirche ist Gott umspannt die ganze Welt und mein ganzes Leben Wir feiern in Kirchen Abendmahl In Kirchen wird uns nahegebracht, Gott ist uns nahegekommen Ist eingetaucht in unsere menschliche Welt, als Jesus geboren wurde Jedes Jahr feiern wir Weihnachten Oft auch in der Kirche Die Kirche, die ist da und bleibt da Sie steht dafür, dass Gott bei uns ist, dass Jesus Christus bei uns ist Die Kirche ist auch eine Anfrage an uns Werden wir aufkreuzen? Werden wir ankreuzen? Nicht nur, wenn wir zum Beispiel den Kirchenvorstand gewählt haben, sondern überhaupt mit unserem Leben Das Volk Israel hat sozusagen sein Kreuz gemacht, als es gesagt hat Wir wollen nicht anderen Göttern dienen, sondern unserem Gott Aber wir machen eigentlich immer wieder unser Kreuz Täglich beschäftigen wir uns mit dem Glauben oder eben nicht Immer wieder falten wir die Hände oder vielleicht auch nicht Als Christen kommen wir zusammen, tauschen uns aus Dann sehen andere etwas von unserem Glauben Dass etwas zu sehen ist in unserem Leben Von der Liebe zu Gott, der Liebe zum Nächsten Das wäre schön Das wäre eine praktische Entscheidung für Gott Und diese Entscheidung hat Folgen Eine Folge kann noch sein Dass wir unsere Kirche gern haben Die Kirche, die heute Kirchweil hat Aber auch die Kirche als die Menschen Die mit uns Christen und Christinnen sind Amen Und der Friede Gottes, der Höhe ist das alle Vernunft Bewahre unsere Herzen und Sinne In Christus Jesus Amen